Mia? Was glaubt ihr Mia? Kennen wir uns? Wer bist denn du? Ich wohne hier. Und hier wird seit November saniert? Ja, wir haben Oktober. Es ist Mitte Januar. Und warum versuchst du mich zu küssen? Weil wir zusammen sind. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, wolltest du mich umbringen. Und du kannst dich wirklich an gar nichts erinnern, was in den letzten drei Monaten passiert ist. Kann es sein, dass jemand was mit mir gemacht hat? Sie müssen bei den Sachen anknöpfen, an die sie sich erinnern können. Ich kann mich daran erinnern, wie ich gefesselt im Dunkeln in einem Sprinter saß. Ich hab einfach Angst, dass ich vergesse, wer ich bin. Alles, was ich hab, sind meine Erinnerungen. Das Schlimmste ist, dass ich nicht mehr weiß, wie ich vertrauen kann. Du kannst mir vertrauen. Kennen Sie eigentlich Professorin Lorenz? In der Spitzenforschung kreuzen sich die Wege immer wieder. Ja. Konnten Sie was erkennen? Aber wenn sich das weiter mit solcher Geschwindigkeit ausbreitet, dann würde ich schätzen, ein bis zwei Wochen, in denen Sie noch Zugriff auf Ihre motorischen und kognitiven Funktionen haben. Mein Gehirn löst sich auf. Wir sind die Visionäre. Ich traue ihr alles zu. Was auch immer mit mir passiert ist, Lorenz weiß Bescheid. Mia braucht uns. Erinnern Sie sich nicht in was, woraus Sie vielleicht nicht mehr rauskommen? Das ist mein Lebenswerk zerstört. Ich bin ihr Lebenswerk. Erinnern Sie sich nicht mehr messer. Sind Sie nicht mehr? Ich bin ich connectors mới zulares. Vielen Dank.